Der Herr Das ist mein Chef, Herr Paul Brown. This is my boss, Mr. Paul Brown. This is my boss, Mr. Paul Brown. Das ist mein Chef, Herr Paul Brown. This is my boss, Mr. Paul Brown. Der Mann Man Der Mann Man Er ist ein gutaussehender Mann. 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 Die Frau Die Frau Wohnt in diesem Haus eine Frau Bolton? Wohnt in diesem Haus eine Frau Bolton? Is there a Mrs. Bolton living in this house? Is there a Mrs. Bolton living in this house? Die Frau Woman Die Frau Woman Der Roman heißt Eine Frau von 30 Jahren. Der Roman heißt Eine Frau von 30 Jahren. The novel is called A Woman of 30. The novel is called A Woman of 30. The novel is called A Woman of 30. Die Frau Miss Die Frau Miss Brauchen Sie Hilfe, Frau Carlton? Do you need any help, Miss Carlton? Do you need any help, Miss Carlton? Brauchen Sie Hilfe, Frau Carlton? Do you need any help, Miss Carlton? Das Baby Baby Das Baby Baby Peter ist sieben Jahre alt. Anne ist noch ein Baby. Peter is seven years old. Anne is still a baby. Peter is seven years old. Anne is still a baby. Peter ist sieben Jahre alt. Anne ist noch ein Baby. Das Kind Im Juni erwarten wir unser drittes Kind. Im Juni erwarten wir unser drittes Kind. Im Juni erwarten wir unser drittes Kind. Der Junge In unserer Klasse sind nur drei Jungen. In unserer Klasse sind nur drei Jungen. In unserer Klasse sind nur drei Jungen. Das Mädchen Das Mädchen Meine beiden Mädchen spielen im selben Baseballteam. Meine beiden Mädchen spielen im selben Baseballteam. Meine beiden Mädchen spielen im selben Baseballteam. Both my girls play in the same Baseballteam. Nennen Call Nennen Call Sein Name ist Robert, aber wir nennen ihn Rob. Sein Name ist Robert, aber wir nennen ihn Rob. His name is Robert, but we call him Rob. Heißen Heißen To be called Heißen To be called Er heißt Mario Er heißt Mario He's called Mario Er heißt Mario He's called Mario Der Name Name Könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? 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 Could you spell your name, please? Der Familienname Surname Wie ist der Familienname deiner Mutter? What's your mother's surname? Wie ist der Familienname deiner Mutter? What's your mother's surname? Der Nachname Last name Wie ist der Nachname deiner Mutter? What's your mother's last name? Wie ist der Nachname deiner Mutter? What's your mother's last name? Der Vorname First name Mein Vorname ist Schwedisch Mein Vorname ist Schwedisch My first name is Swedish My first name is Swedish Ledig Single I'm not single My husband lives in Mexico I'm not single My husband lives in Mexico Ich bin nicht ledig Mein Mann lebt in Mexico I'm not single My husband lives in Mexico Ich war bei einer Party mit lauter Singles Ich war bei einer Party mit lauter Singles I was at a party with lots of singles Ich war bei einer Party mit lauter Singles Ich war bei einer Party mit lauter Singles Ich war bei einer Party mit lauter Singles Verheiratet Married Verheiratet Married Seit wann sind sie verheiratet? Since when have you been married? Since when have you been married? Seit wann sind sie verheiratet? Since when have you been married? Geschieden Divorced Geschieden James und Carol waren verheiratet. Jetzt sind sie geschieden. James und Carol waren verheiratet. Jetzt sind sie geschieden. James und Carol waren verheiratet. Jetzt sind sie verheiratet. Getrennt 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 Ihre Eltern sind getrennt und leben in verschiedenen Wohnungen. Ihre Eltern sind getrennt und leben in verschiedenen Wohnungen. Ihre Eltern sind getrennt und leben in verschiedenen Wohnungen. Their parents are separated and live in different flats. Der Witwer Widower Peters Frau starb jung. Er ist fast sein Leben lang Witwer. Peters Frau starb jung. Er ist fast sein Leben lang Witwer. Peters Frau starb jung. Er ist fast sein Leben lang Witwer. Die Witwe Nach dem Tod ihres Gatten gründete sie ein Forum für Witwen. Nach dem Tod ihres Gatten gründete sie ein Forum für Witwen. Er ist seit vielen Jahren verwitwet. 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 Wo kommen sie her? Wo kommen sie her? Wo kommen sie her? Where do you come from? Sie kommt aus Toronto, Canada. Sie kommt aus Toronto, Canada. Sie kommt aus Toronto, Canada. Der Wohnort, der Wohnsitz. Was ist Ihr ständiger Wohnort? Was ist Ihr ständiger Wohnort? Was ist Ihr ständiger Wohnort? Die Adresse, die Anschrift. Die Adresse, die Anschrift. Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Adresse? Die Straße. Sie wohnt in der Willardstraße 735. Sie wohnt in der Willardstraße 735. Sie wohnt in der Willardstraße 735. Die Hausnummer. Nein, die Hausnummer ist 24, nicht 34. Nein, die Hausnummer ist 24, nicht 34. Nein, die Hausnummer ist 24, nicht 34. Die Telefonnummer. Telefonnummer. Die Telefonnummer. Telefonnummer. Sein Büro hat eine neue Telefonnummer. Sie lautet 894 7866. Sie lautet 894 7866. Sein Büro hat eine neue Telefonnummer. Sie lautet 894 7866. Die Person. Die Person. Person. Die Person. Die Eintrittskarten für das Spiel kosten 24 Dollar pro Person. Tickets für das Spiel kosten 24 Dollar pro Person. Tickets für das Spiel kosten 25 Dollar pro Person. Der Familienstand. Marital status. Marital status. Der Familienstand. Marital status. Warum haben sie nach deinem Familienstand gefragt? Warum haben sie nach deinem Familienstand gefragt? Warum haben sie nach deinem Familienstand gefragt? Warum haben sie dich gefragt? Das Geschlecht. Gender. Das Geschlecht. Gender. Niemand sollte wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. 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 Die Staatsangehörigkeit. Die Staatsbürgerschaft. Nationalität. Die Staatsangehörigkeit. Die Staatsbürgerschaft. Nationalität. Da leben Menschen mit vielen verschiedenen Staatsangehörigkeiten. Da leben Menschen mit vielen verschiedenen Staatsangehörigkeiten. Da leben Menschen mit vielen verschiedenen Staatsangehörigkeiten. Die Staatsbürger. Die Staatsbürgerin. Citizen. Er ist amerikanischer Staatsbürger, weil er dort geboren ist. Er ist amerikanischer Staatsbürger, weil er dort geboren ist. Volljährig. Volljährig. Ich sehe jünger aus, aber ich bin schon volljährig. Ich sehe jünger aus, aber ich bin schon volljährig. Ich sehe jünger aus, aber ich bin schon volljährig. Minderjährig. Underage. Minderjährig. Minderjährig. Underage. Sie haben sie nicht reingelassen. Sie ist noch minderjährig. They didn't let her in. She's still underage. Sie haben sie nicht reingelassen. Sie ist noch minderjährig. They didn't let her in. She's still underage. Der Spitzname Der Spitzname Mein Spitzname ist Speedy. Mein Nickname ist Speedy. Mein Spitzname 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 ist Speedy.